Magische Grüße und Willkommen auf Zauber, dem Channel über die Mysterien des menschlichen Daseins. Vergiss nicht, uns zu abonnieren und wirf doch einen Blick in unsere spannende Infobox. Die Faltenkiller-Methode Qi statt Botox wurde von der bekannten Autorin Christina Schmidt entwickelt. Das Anti-Aging-Konzept wurde bereits in vielen namenhaften Zeitungen unter die Lupe genommen und ist sowohl als Buch als auch in Form eines Online-Coachings erhältlich. Es handelt sich hierbei um einen Schritt-für-Schritt-Videokurs, der an dieser Stelle vorgestellt werden soll. Dabei wird auch auf Erfahrungen bisheriger Teilnehmer eingegangen, die sich mit dem Gesichts-Yoga von Christina Schmidt beschäftigt haben. Ziel ist es, Falten auf natürliche Weise zu reduzieren und ein schönes Hautbild zu schaffen. Unterhalb dieses Videos findest du den Link zum aktuellen Angebot. Um möglicherweise etwas Geld zu sparen, wenn du die Methode testen möchtest. Schau einfach mal rein. Die Autorin Christina Schmidt ist 45 Jahre alt, professionelle Kinesiologin und hat durch ihr Qi statt Botox-Buch bereits große Aufmerksamkeit erlangt. Ihr neuartiges Anti-Aging-Konzept verzichtet dabei ganz auf Chemie und Botox. Bereits vor zehn Jahren begann sie, sich Wissen über Gesichts-Yoga, DN-Cum und Facial-Cubbing anzueignen. Um dem Alterungsprozess entgegenzuwirken, ist kein Botox notwendig. Jeder Mensch kann mit der richtigen Technik und Durchhaltevermögen Falten vorbeugen und sogar faltige Haut straffen. Wie das alles funktioniert, erklärt Christina Schmidt Schritt für Schritt in ihrem detaillierten Videokurs. Dabei bezieht sich die professionelle Kinesiologin auf vier Methoden, die sie detailliert in ihrem Kurs aufzeigt und erklärt. Darunter finden sich Theorie-Videos. Sie umfassen jegliches Wissen, das notwendig ist, um eine straffe Haut ohne Botox zu erreichen. Zudem findest du hier Praxis-Videos, die teure, bereits vielfach angebotene Live-Kurse ersetzen sollen und tatsächlich auch können. Insgesamt enthält der Videokurs 17 exklusive Videos, die in dieser Form sonst nirgendwo verfügbar sind. Diese zielen darauf aus, bereits nach drei Wochen ein deutlich frischeres und verjüngtes Erscheinungsbild zu erreichen. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig und der Kurs kann ohne Zeitdruck durchgenommen werden, wann immer Zeit dazu ist. Der Videokurs ist unbegrenzt aufrufbar und es ist keinerlei Zubehör für die Methoden notwendig. Angenehm sowie entspannend sind die Übungen und Methoden zusätzlich. Es lohnt sich deshalb, sich einmal darauf einzulassen. Alle Infos und der aktuelle Link zum Kurs mit dem aktuellen Aktionspreis findest du unter diesem Video in der Infobox. Das Buch als auch der Online-Kurs lassen zufriedene Kunden zurück. Das Buch ist beispielsweise bei Thalia erhältlich. Der Online-Kurs wird über den sicheren Zahlungsanbieter Digistore24 abgewickelt und ist im Gegensatz zu dem Buch sofort online verfügbar. Das Qi-Stadt-Botox-Buch weist über eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 Sternen auf. Dies zeigt, dass es sehr gut ankommt und einfach umzusetzen ist. Wir wünschen dir viel Erfolg. Vergiss nicht uns zu abonnieren. Lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal bei Zauber.